Ein wahrer Muslim ist stolz und eigenständig. Er denkt nicht daran zu betteln. Was heißt betteln? Also das heißt auf die Straße gehen und sagen, bitte gib mir Geld. Ja, das ist verboten. Al-Mas'ala tu haram. Al-Mas'ala, betteln auf Arabisch, ist verboten im Islam. Wenn ihn ein Elend befällt, er trägt es mit Geduld und erhöht seine Anstrengungen. Er strengt sich an, um zu vermeiden, dass er nicht einer von denen sein wird, die auf die Großzügigkeit der guten Taten vollbringenden Menschen angewiesen sind. Also er muss nicht angewiesen sein auf die Leute, die spenden und die ihm geben. Er muss selber was tun. Natürlich gibt es Leute, die können nicht anders als betteln. Aber jemand, der in der Lage ist, sich selbst zu helfen, der soll nicht betteln. Der darf nicht betteln. Denn der Islam lehrt ihn, dass er auf sich selbst achtet, bevor er so etwas tut. Natürlich, wenn jemand in einer Notlage ist, Schulden hat oder so, ist es was anderes. Aber wenn jemand einfach nur Probleme hat und hier und da und er kann das selber bewältigen, dann darf er ihn nicht fragen. Aber wenn er nicht mehr kann und sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, jemand muss mir helfen, dann ist das was anderes. Ja, daakir al-Azhaar.